So und damit willkommen zurück zu Lumberjack's Dynasty. Das letzte mal hatten wir ja mit dem Gewächshaus angefangen das auf zu hübschen. Erst zu erneuern und dann ein bisschen Farbe ran. Und weil ich ja Sachen immer nicht zu Ende mache, fangen wir heute mit etwas Neuem an. Und zwar heute streichen wir mal so ein paar kleinere Sachen hier, die wir vergessen haben. Zum Beispiel unseren tollen Brunnen. Ist die Farbe schon wieder alle? Meine Güte. Okay. Neue Farbe holen. So da noch ein bisschen dunkelbraun dran. Die Bank glaube ein bisschen heller. Okay, dass der Paseon wirklich noch nicht erneuert. Der Zaun. Den können wir ruhig dunkel machen, würde ich sagen. Bei den Hühnern. Ach, da haben wir ja... Die Scheune haben wir ja auch noch nicht komplett erneuert. Ach Gott. Ich schludere und schludere. Äh? Was gehört hier noch dazu? Okay. Also hier kann ich die Tür nicht separat einfärben. Nach oben. Nach oben. Da. So. Ich weiß noch nicht, ob wir in der Scheune den Zaun dann auch so dunkel machen müssten wir eigentlich. Ach Gott. Okay. Die Fenster auf jeden Fall dunkel. So. Dann... Das ist ja wieder so ein... So eine Kante. So eine Ecke. Hier. Hier die Tür. Dunkel. Oh Gott. Und das Fenster komme ich glaube nicht ganz ran, oder? Doch. Okay. Gefällt mir. Hier. Ecke dunkel. Die Fenster dunkel machen. So. Hier haben wir das Tor. Das ist okay. Pavillon. So. Jetzt bloß nicht die Bänke hier mitstreichen. So. Was gehört zum Pavillon? Hand, Pinsel und was? Hier. Der. Okay. Pavillon. Okay. Pavillon. Fertig. Äh. Die Stühle. Kriegen wir irgendwas Helles? Dunkel. Dunkel. Okay. Die blaue Tür gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt mit der dunklen Farbe ringsherum. Und mir geht schon wieder die Farbe aus. Acht. Oha. Oha. Dunkel. Und zwei. Das wird nix. Das wird nicht fertig. Scheiße. Okay. Was ist das? Ein Mist hier. Ich muss mal noch ein bisschen Holz hier abholen. Na, komm. So. Erstmal der Pavillon hier hinten. Erneuern. Kriege ich jetzt eigentlich hier die Option auch erneuern? Nein. Wenn einmal Farbe dran ist, ist es gut. Die Bank. Ich habe noch so viel zu machen. Verdammt. Ähm. Pavillon. Steht. Sandkasten. So. Und dann jetzt. Hier drinnen. Ja. Warum ist der markiert? Komm bitte lass mich ran. Äh. Oh Gott. Äh. Leute, wie soll ich hier rankommen? Habe ich deshalb hier aufgehört, weil ich nicht wusste, wie ich hier hochkomme? Ähm. Kann uns ein Gerüst abholen? Nein, ein Gerüst. Tatsächlich. Okay. Äh. Das wird problematisch hier mit den Grünen. Äh. Grünen. Ah. Gut. So. Hier müsste es gehen, wenn ich auf den Balken balanciere. Okay. Da. 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 Hier und dort. Ähm. Schwierig. Was gehört hier noch dazu? Nein. Wir haben es wenigstens getroffen. Spring. Spring. Da komme ich wieder nicht dran. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ja. Ah. Kuh im Weg. Das ist ein Problem. Äh. Kuh kannst du mal zur Seite gehen. Ach. Ach. Schande. Kann ich von der Seite gehen. Okay. Von der Seite. Nein. Nicht über die Leiter. Über die Treppe springen. Was gibt es? Jawohl. Jawohl. Geschafft. Ich soll jetzt bloß nicht hier runterfallen. Äh. Da. Und da. Okay. Die Seite sieht schon mal gut aus. Ähm. So. Ich hoffe nur. Jetzt ist nicht das Dach oben wieder ausgetauscht. Äh. Moment hier. Hm. Hm. Gott. Nicht unter Fall. Scheiß. Sehr. Gott. Nicht unter Fall. Scheiß. Sehr. Dumme Kuh. Okay. Jetzt hat sie sich hingelegt. Vielleicht ist das meine Chance. Wo ist das Symbol? Ach Gott. Wie komme ich dort dran? Jawohl. Ja. 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 Mach ich. Bretter alle. Das ist ärgerlich. So. Ich hoffe das ist ein richtiges Problem. Wir versuchen es erstmal von der Seite der Hühner. Vielleicht kann ich ja hier auch ein Gerüst noch aufstellen. Vielleicht ist das ein Wunder. Doch irgendwie alles fertig. So. Hühnernester. Vielleicht ist das ein Wunder. Doch irgendwie alles fertig. So. Hühnernester. So. Okay. Hier hätten wir was. Wo wir rankommen. Ja. Komm auch ran. Der blöde Balken. Nächster. So. So. Schön. Okay. Das zählt. Das hat gezählt. So. Wo ist das andere Symbolische? Okay. Ich hüpfe nicht hoch genug. Ich bin hier hochgequedert. Nein. So. Hier müsste ich wieder rankommen. Jawohl. Das ist so eine miese Nummer. Okay. Noch. Moment. Wir gucken. Ob wir ein Gerüst. Hier bei den Hühnern bauen können. Nein. Wir können draußen eins bauen. Gucken wir mal. Okay. Das geht tatsächlich. So. Jawohl. Okay. Ich habe nichts gesagt. So. Schön. Das Dach in Ordnung zu sein. Hier noch eins. So. Hier auch noch mal. Und hier. Hier auch noch einer. Okay. Wir klettern mal runter. Und gucken. Mal. Hier. 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 Ja. Auch wieder. Hier. Da ist noch die Kuh. immer noch nicht ich drehe durch im kuhstall der verrückten und hier kann ich von da ganz easy hoch das blöde loch nicht reinfallen so ach so das fenster gut da komme ich ran den Rest probiere ich nochmal vom Dach aus das gibt es doch nicht dass ich mich so blöd anstelle also wenn ich reingegangen bin war das hier scheiße 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 ganz am rand langlaufen da warum ist hier an der Tür jetzt auch noch hab ich das nicht gemacht so ach gott sei dank guck das warnt nein da sehe ich nee das ist mein Gerüst das ist mein Gerüst das ich jetzt gesehen habe oder nein hier ist noch oder das ist Holzhaler das ist Holzhaler das ist Holzhaler ok in aller Ruhe das ist ein ein da und da komme ich ran da komme ich ran wo ist der letzte Punkt von dem Blöden Balken. Da. Meine Güte. Okay. Das war Stress. Gerüst weg. Erstmal Gerüst weg. Ich werde das jetzt hier nicht sofort im Anschluss streichen. Ich brauche glaube ich jetzt mal so eine Folge ein bisschen Ruhe. Dafür kaufen wir mal ein paar Bäume ein. Ähm, Buggy ist da. Äh, wo war... Ja. Ich wups. Und die wups. Ein paar Setzlinge kaufen. Hallo. Hast du einen Moment Zeit? Nur eine Minute. Wir sind hier alle beschäftigt. Äh, ich... Brauchst du? Bäume. Ich habe Baumstimme. Nein. Möchtest du handeln? Möchtest du handeln? So. Okay. 7000 ist vielleicht auch ein bisschen viel. Was hätte denn Birken, Eichen? Eichen bringen halt super Geld. Aber ich gehe davon aus, die wachsen halt auch langsamer. Kaufen wir 3200 mal ein paar Eichen. Gut. Ähm. Holzerntor. Holzerntor. Ich muss auch gottstach rüberspringen. Ich weiß. Da oben. Da oben ist mein Traktor. So. Hier hatten wir ja... Alles abgerodet. Hier ist super viel Platz. Ach genau. Ich kann eigentlich die Folge hier beginnen. So. Beenden wir mal die Folge. Tschüss. Ciao. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.